Hey Leute, ich bin hier wieder zu Xenoblade Chronicle X. So, heute haben wir mal den guten L.M. Team, wobei er ja gar nicht so gut ausgerüstet ist. Das liegt daran, dass wir jetzt eine Harmonie-Quest machen und Irina darf nicht in dieser Quest mitmachen. Ja, weil das eine Quest um Irina ist. So, untersuchen. Irinas Überzeugung benötigt Level 15, maximale Teamgröße 3. Oh, okay, ja super. Ha, er ist nur Level 13, darf gar nicht mitmachen. Team. Aufstellung, okay, dann werfen wir ihn. Ja, ey, dann musst du leider raus. Okay, dann spielen wir einfach nur mit den guten alten 3, weil ich jetzt keine Ahnung habe, wo ich meinen anderen finde gerade. Ich glaube, Gewinn könnte ich noch suchen, aber Gewinn sollte auch unter Level 15 sein. Das heißt, ich müsste vielleicht alle mal so ein bisschen auch Level. So, Harmonie-Mission starten. Ja, die brauchen wir, um Kapitel 5 zu beginnen. Aber ich habe mir jetzt vorgestellt, wir machen jetzt erstmal ein paar Harmonie-Quests, weil die sind noch sehr interessant, finde ich. Colonel, off-Duty today, Irina? Finally. Ich liebe meine Team, aber wir sind zusammen 24-7. Ich dachte, es wäre nett, um einen Bisschen zu bekommen, aber äh... Du, was bist du? Du bist so? Du bist so? Du bist so, dass du alleine bist, ist ein bisschen pathetisch? Na, das ist nicht genau so, wie ich es sagen würde. Zu schuldig und schuldig zu essen. Tatsu kann definitivlich helfen, Irina da. Tatsu ist froh und schweigst du Essen für Irina. Wie viel wie immer, Small Fry. Nein? Du gehst mit der Kaste der Charaktere, Colonel. Na gut, wenn es nicht die Arena ist. Das ist die Lieutenant Arena für dich. Sie war eine wirklich große Schlange zurück auf der Erde, nicht wahr? Hey, sie ist Blade jetzt. Gleich wie wir. Einfach ein weiterer Lohle-Stinkin' Grunt. Kein besser als du oder ich. Das ist nicht richtig, Arena? Something so. Ah, hey, das ist nicht fair. Sie macht es sehr gut mit der Hand, die sie verabschiedet hat. Selbst mit Verlustern wie Gwyn. Ihr Team verabschiedt, um eine Mission zu machen. Geh es, Arena. Sie sind nicht wert. Ja, Frau. Sie ist wie eine kleine Puppe. Alle trainiert und alles. Ja, das stimmt. Genau. Elma nennt die Schlange jetzt. Sie und das Freak Show, sie nennt die Team. Beauty and the Beasts. Genau? Entschuldigung, Elma. Wenn du bereitst du einen realen Mann servierst unter dir, mach dich. Okay? Das ist genug. Ich werde dir zwei Mouth-Breather lassen lassen. Aber über meine Team und das Colonel? Keine Chance. Es ist Zeit für eine Lehre. Oh, Baby. Eine private Lehre? Oh, das wäre gut. Los geht's. Los geht's. Hm. Fäuste herheben. Abwarten. Bereite dich auf einen Kampf vor. Beobachte, wie sich die Situation entwickelt. Ja. Ey, die haben uns beleidigt. Wir sind der krasseste Kerl überhaupt. Was haben wir nicht? Ja. Wolle dich auch, was ihr jemanden? Komm, komm her. Wolle dich auch. Wolle dich auch? Wolle dich, Maggots! Komm, Commander Van Der. Das ist nicht... Ich meine, wir haben einfach... Sie haben es angefangen. Verhaut dich! Ich hab die ganze Sache gesehen. Insofern, wo du einen Krieg hast, der um deine Teile in den Kopf zu bekommen hat. Jetzt komm deine schotten kleinen Arten zurück in die Barracks! Deine Lüge haben eine Beobachtung mit einigen Toilettseiten. Ich kann einfach nicht mit Männern wie das. Oh, bist du okay? Geh es einfach. Wenn er gekommen ist, weiterbohren, fragt ihn was los ist. Okay, komm wir doch, wir wollen es wissen. Klar. Okay. Insofern bin ich für dich, Elma. Eine neue Mission? Ja. Ein paar lokale Indigener, die auf den Grieven Plänen auf den Grieven Plänen. Es ist nicht schön. Ich habe bereits ein paar Prospektoren verloren. Entstanden. Wir sind auf. Körnel. Ich möchte dich mit dabei sein. Wenn das okay ist. Woah, woah, woah. Du bist heute auf dem Weg. Ich brauche etwas Stimmel. Und insofern. Ich mag mit dem Körnel arbeiten. Okay. Wir können immer einen anderen Soldaten von deinem Kaliber auf dem Team benutzen. Danke, Frau. Ja, was lustig ist, sie ist so gut wie die ganze Zeit in unserem Team. Aber okay. Besiege vier, früh aufstehe, Elvos in der Kummer. Ja, okay. Kein Problem. Was für Viecher wir da besiegen müssen, sollte ja easy gehen, oder? Vier Stück von irgendwas. Kein Problem. Okay, wir können sie einfach doch ins Team holen. Also wir haben unser Standard-Team einfach wieder vollständig. Das ist sogar vom Level her einer der höchsten. Aber vom Rang her ist sie noch ziemlich weit unten. Wobei wir sind nur sechs, ne? Naja. Änderungen bestätigen. So, wir gucken mal eben auch auf die Karte, wo wir genau hin müssen. Und dann geht's dann mit einer Schnellreise schnell hin. Oh, ich glaube, ich gehe von diesem Reisepunkt aus. Von Knotenpunkt 106 bewegen wir uns weiter. Und ja, wie gesagt, in den nächsten paar Parts wird ich erstmal ein paar Harmonie-Quests erledigen, die ich so finde und machen kann. Weil ich kann nicht alle machen. Manche brauchen erst ein bestimmtes Kapitel, manche brauchen ein bestimmtes Level. Und die Aufgabe finde ich persönlich halt noch ziemlich interessant. Und wir schicken erstmal so einen Kugelblitz los. Ey, Kugelblitz, wo willst du hin? Da geht's aber. Okay. Danke, Kugelblitz. So. Wow. Der lässt uns an, wenn er uns zieht. Das ist total die falsche Richtung. Dummer Kugelblitz. Warte. 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 Wir reisen von hier aus jetzt mal dahin. Wir würden uns einmal irgendwie um den Berg herumstecken schlocken. Das heißt, wir kommen da gar nicht so direkt drauf zu. Okay. So. Ähm. Gut. Wir müssen hier lang. Unterwegs können wir noch ein paar Items einsammeln, ist kein Problem. zu sehen. Verschwitzschön. Aber bei Truppenmissionen... Truppenmissionen sieht gerade gar nicht so gut aus. Ich will eigentlich gucken, wie es jetzt aktivieren. Danke. Wo geht der da oben? hochzeit jetzt geht es erst leicht verwirrt glaub ich mein Freund so hinten lang da lang ok wo ist er hin ich sehe nicht mehr damit er kurz neu aktivieren ok hier lang also fast geschafft oder von müssten selbst sein acht davon okay es muss auf der Karte orange markiert nach dem Paar von denen wer will ja was von uns wir treffen uns der Wechsel ist auf Schwert wenn man schüttbekommen und das das ist die Wut auf uns ziehen damit unser Kontangriff auch am meisten Schaden macht komm jetzt mal um eine glückgröße ah er ist schon tot ach er hat uns angegriffen ok hier ist jetzt mein Schlitzer mein Freund das ist die Kontangriff der auch aber eh ich bin ich aber echt und er hat zur Zeit die Teile echt schlecht komm und Flamingrenade ich weiß nicht, was ist denn in den Kampf? Ich weiß nicht, was ist denn in den Kampf? und dann noch die granate ja immer wieder viel zu spät gedrückt aber so kennen wir brauchen noch ein zu früh diesmal jetzt sagt wir seinen nachkampf machen meine sp-technik kann ich einsetzen sich sich folgen aber ich komme noch live hat mir das einfach aus 6 unterschied da ist das eigentlich gar kein problem um katz ihn und nicht doch im selten zurück aber was schreit 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 Und Tatsu ist verrückt? Ja, aber neben dem... Diese Kreaturen sind wirklich nicht so stark genug, um die Blades zu haben. Genau. Der Kommandor wird nicht dein Team all the way out hier, nur für das. Wir müssen etwas missen. Elma ist hier. Ma'am, wir haben eine Erkrankung. Eine andere Team ist unter anderem in deinem Ort. Copy das. Auf der Weg. Schau mal, ob man hier eigentlich schon zurücklassen kann. Oh, Technik erlernen. Sehr schön. Da guck ich aber erst später nach. Und wir folgen jetzt einfach mal. Der Blitzkugel wieder. Unterwegs sammeln wir noch ein paar Items ein. Wir brauchen noch... Ich glaube, wir brauchen noch einige. 20% bis ich alle Items besitze aus dieser Ebene. Und das ist dann doch schon etwas. Hm. Hm. Okay, hier die zweite. Um immerhin aber ganz viele Items die wir jetzt noch haben. Wobei das ganz großes Monster. Wo wir noch nicht schicken. Es auch aggressiv. Sie von den Nalakoschi fiel. Ähm. Ähm. Wir haben ein Problem. Wenn der dahinten uns bemerkt, dann sind wir tot. Ich würde so wie Level 15 oder so. Okay, die haben so ein Schmerz. Okay, die haben so ein Schmerz. Kein Stress. Wenn wir ihn stark machen sollen. Da sind ein bisschen weniger Loops. Habe ich das Gefühl meistens. Okay, wir müssen hier. Oh, schon eine fliegende Kreatur. Ach, die beiden Lauchballs. Hier ist ein realer Target. Oh, warte einen Moment. Das sind die Schmerzen, die in die Arena beschäftigen. Eingreif nicht zum Drang darauf, den beiden Blades zu helfen. Schlag vor sie ihren Schicksal zu überlassen. Also wir sind ja ne. Nein, komm. Wir sind ja ein Held. Mensch. Gut. Aber das Vieh sieht schon ziemlich heftig aus, ne? Erstmal die Wut auf uns ziehen. Sie kommt doch bitte Wut auf uns gezogen. Oh, Level 16 ist okay. Erst umgeworfen. Die Brandgranate hinterher. Ey. Er ist fast tot. So können wir nochmal umwerfen. Nein, schade. Muss er. Wir sehen nicht. Cool, weil ich verkehren muss. Ich schieße mir noch ein bisschen drauf. Man konnte angriffen. Er ist halt nicht auf mich passiert. Was frech ist. Er schwankt. Ähm, ähm. Trakes besiegt. Wow. Der wird es eigentlich... Und da sind so viele Blades gestorben, ey. Im Blade, Quatsch, hier sind viele Lappen, glaube ich, ja. Ich meine, guck euch die beiden mal an. Oh, du hast wirklich unser Bacon da. Danke. Das hat mir schon gesagt. Ich bin klar. Es ist halt zu ihnen. Das hat sie alle glauben müssen. Deswegen, bitte. Aber du hast gehän j'ven. Das ist ein sein. Ich stehe. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es ist fast schlimmer, wenn sie entschuldigen. Ja, ich bin auch entschuldigt. Was für? Wenn ich, wie du, habe ich es zu helfen. Oh, das? Keine Worte. Ich dachte, ich war das gleiche. Was? Du warst? Natürlich war ich. Ein Verrück ist immer ein Verrück, selbst wenn es dein Job zu retten. Falsch, aber fair. Ich kann noch nicht glauben, wie schnell du in die Hilfe hast. Darling, wir sind nur die Menschen auf der Welt. Unsere Zukunft betrifft auf alle uns, selbst wenn es dein Leben ist. Wenn du das so schauen, dann war es eine ziemlich einfache Entscheidung. Insofern, danke, Colonel. Mein Kopf fühlt sich deutlich besser. Ich freue mich, dass du mich mit dabei hast. Anytime, Sergeant. Okay, lass uns zurück in die neue L.A. Ja, fette Musik. Yes, Harmonie Mission abgeschlossen. Sehr schön. 160 Erfahrungen und 9000 Geld. Kann sich sehen, dass du hast die Messertechnik Heilungswogen erlernt. Wie? Ich habe die gelernt? Nein, oder? Ich meine, warum sollte ich die gelernt haben? Das ist doch gar nicht im Sinn. Schnellfeuer. Da-da-da-da-da-da. Feuerkraft, Flammen, Brandgranate, Wucht. Ich habe kein Messer. Blanch, Städte, Weißruf, Stoß, Sturm, Granter, Angriff, Abwehr, Tornado-Klinge. Ne, sag ich doch. Also Irina hat die, glaube ich, gelernt, oder? Reparatur, Blut, voll stolz, Stoß, Heilbogen, Angriff, Brandgranate, Kontrolle, Stoß, 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 Stoß. Wobei ich... Wow. Gute Deck. Wow. Ich habe auf einmal... Wow, ich habe den ganzen... What the fuck? Ich habe richtig viele Talente dazu bekommen. Naja, okay. Egal. Wir begeben uns jetzt erstmal zurück nach New Los Angeles. Die Quest haben wir ja abgegeben. Das heißt, das ist alles cool. Und dann begeben wir uns zur zweiten Harmonie-Quest für heute. Mal gucken, ob wir die auch noch rein bekommen. Aber zumindest ist das cool. Ja, die Frage ist, welche machen wir denn? Ähm... Ich glaube, die hier kann ich auch gar nicht machen, oder? Ich bin irgendwie auf Level 20. Ja, gesperrte Team laut. Und wir müssen Kapitel 4 abschließen. Kapitel 4 habe ich abgeschossen, okay. Aber weil wir 20 sind, wenn wir noch nicht, ne? Das ist das Problem. So, aber hier vorne war halt eine, die wir hier machen können. Ja, hier wird schon 8000 Mal da vorbei gelaufen. Und ich habe die, glaube ich, auch jedes Mal untersucht. Ähm... So, untersuchen. So, ein neuer Rival. Winix Level 12. Maxi Team. Was ist das? Ach, wir haben ein Team mit mir zu viel zu gewinnen. Ähm... Team... Ähm... Hallo? Ja. Kannst du nicht? Du da? Der, der, der über die Mission zu nehmen? Ich spreche mit dir. Frag den Mann, was er von dir will. Beachte den Mann nicht weiter und nimm die Mission an. Du weißt... Non-diplomatische Menschen wie dich sind ein echtes Problem. Du bist, warum wir immer noch Krieg haben. Oder vielleicht bist du einfach nicht hörbar. Ich weiß nicht. Whatever. Ich werde weitergehen. Jetzt, wo bin ich? Ah, ja. Die Mission, die du bist zu nehmen. Äh... Erkläre, Hector, dass er keine großen Reden schwingen soll. Bitte um Erklärung, was diese Entscheidung ist. mit der Wahl der Menschheit zu tun hat. Einfach ablehnen. Digga, das ist meine Mission. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass du zwei Sammels von Zezi und Fleaward solltest du gut in deinen Geist. Ist etwas falsch? Du hast dich nicht satisfeiert. Ah, tragisch. Du sagst, dich auf sich mit mir vergleichen. Die Lösung ist klar. Wir beide haben die drei Missionen, die ich gerade akzeptiert habe. Nur ein von uns kann es erst einmal zu Ende. Das wird den Losern geben, die durch die Zeit für dich. Und wird die Chance verstehen, die Gäste, die uns separieren. Okay. Aus irgendeinem Grund befindest du dich plötzlich mit einem Blade namens H.B.E.Wettstreit. Das ist eine Datensonde in... Ja, warum? Ja. Hab ich überhaupt noch Datensonden, die ich machen konnte? Erziele Geld gewinnen mittels einer Forschungssonde. Okay. Ich überbringe eine... Ja, die Form an Tauler. Okay. Okay. Viele der Sachen habe ich, glaube ich, einfach schon fertig. Dann ist schon abgeschlossen. Hey! Okay. Okay. Gut. Es gibt Tauler. Äh... In der Straßenvisionenverwaltungsbezirk. 900 Einheiten. Gut, das machen wir mal eben. Also 900 haben wir. Also bin ich mir nicht ziemlich sicher. Hey! Also wir haben irgendwie, glaube ich, schon die 2000. Hm? Ja, 900 Einheiten. Ja. Übergeben. Danke. Vielen Dank. Du, 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 du. Komm. Klar, mich hat sich voll. Dann haben wir die Mission auch fertig. Sehr schön. Doch kaum Erfahrung, ne? Beende die Mission Forschung. Ähm. Gut. Jetzt mal kurz gucken. Einmal Rivale. Forschung. Ziele Geld gewinnen. Nicht jetzt einer. Hm. Klasse. Verdiene über das Frontiernavi. Du siehst das hier. Hm. Ja, okay. Da können wir jetzt eigentlich nicht viel machen. außer abwarten, dass wir mit unseren Sonden, die wir besitzen, Geld verdienen, oder? Ich muss mal hier immer rauszuholen und gucken, ob ich irgendwo noch eine Dreier Lane hab. Da heb ich eine Zweier Lane immerhin. Die kann ich benutzen, so hier. Sonde ändern. 1 bestätigen. Sonde ändern. Sonde ändern. Bestätigen. So. Wollte ich denn noch eins? Ähm. Hier oben habe ich noch eins vorher. Sehr gut. Sonde ändern. Ich weiß gar nicht. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur abwarten, bis das passiert, oder? Hm. 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 Wollte. Was sieht das jetzt einfach über Zeit? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. In der Zeit können wir ja gar nichts anderes machen. Klasse, wie weit sind wir. Ja. Gut, Leute. Ähm. Ich mach dann hier einen kurzen Schnitt. Und guck mal, dass ich 3.000 noch zusammenkriege. Also bis gleich. So, Leute. Da haben wir es geschafft. Ich hab ein bisschen meine Sonden umgebaut. So haben wir dann das auch bekommen. Das hat aber so viel Geld gekostet. Und ich muss gleich mal nachgucken. Wie ich meine Sonden danach noch platziere. Aber ich hab ein bisschen mehr daraus gelernt noch. Aber. Ja. Äh. Wir haben die Mission beendet. Und sprich mit HB beim Blade-Sammelpunkt. Da haben wir diese Harmonikfest eigentlich auch so gut wie abgeschossen. Und dann sieht das eigentlich gut aus, ne? Ne, unser unglaublicher Rivale. Wir sind, ja, wir sind Tag und Nacht. Ich verstehe. Ich verstehe, dass du noch nicht fertig bist. Aber etwas ist in Ordnung. Wie auch immer. Ich werde gut sein, dass ich eine Ausstattung auf unseren kleinen Kontest in der meantime. Sag Hector, dass du sehr wohl schon fertig bist. Nachfragen. Frag Hector, was für eine Pflicht ihn da angeblich auf einmal ruft. Ja, ja. Ja. Es ist ein Thema der extremen Import. Aber, seitdem diese drei Jobs waren zu viel für dich, das ist ... Hold einen Moment. Warte. 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 mein neuer bester freund hier werden. yeah. Hektor, Level 12 Rang 3. Ach komm, das ist alles, mehr hast du nicht drauf. Okay, war auch von Level 12, ne. Aber ich weiß nicht, ich finde Hektor nett. Oh, wir müssen nach Nautil, okay. Echt? Interessant. Das Spiel sogar direkt im Wegpunkt. Knuriger Drache. In dem Gebiet waren wir ja noch nicht viel, in der letzten Mission hier. Absolut, glaube ich. Und das war's auch. Aber okay. Also wir müssen auch irgendwo in diese Richtung machen. Ein Kugelblitz sagt mir auch irgendwo da runter. Aber wir springen einfach mal runter, so. Wir müssen irgendwo, oh. Hallo Kugelblitz. So, ein ganz neuer Items für uns hier, yeah. Er bleibt hier stehen. Oh, da, oh. Ich dachte, ein bisschen in der Höhle. Was sind die Versteckungen hier? Correct. You're from the escort detail, yes? Can you give me a status report? Dead. They're all dead. Those things swarmed and the scientists survived. Hit in a vehicle further ahead. You can't... I... We can't waste any more time. Let's clear out the creatures ahead, then evacuate our scientists. Gut. 1. Erkläre, dass du verwundete Blades unbedingt helfen. Was? Seid mir die Kreaturen für uns und wenn wir unseren Wissenschaftler zustimmen. 2. Erkläre, dass du die verwundenen Blades unbedingt helfen, äh, Hilfe braucht. Zustimmen, nehmen keine Rücksicht auf den verletzten Blades. Ah, nein. Wir müssen helfen. 2. Erkläre, dass du die verwundenen Blades unbedingt helfen kannst. 3. Erkläre, dass du die verwundenen Blades unbedingt helfen kannst. 3. Erkläre, dass du die verwundenen Blades unbedingt helfen kannst. 5. Erkläre, wenn du dein Kunden bist, kannst mit dir einfach見 mögeelles Blades ist wedert. 5. Erkläre, dass du ihn schaffst. 6.ğ� 7. Erkläre, dass ich das verl prix ist. 7. Erkläre, dass du dich vermisst hast? 7. Erkläre, dass du dichinhos weg hängen willst. 7. Kelle weg? 9. Kelle weg? 10. Kelle weg? 7. Karla weg? schön aber auch geschlossene um hier hochzukommen ich weiß ja wir davon auch hochgekommen werden das ist die Frage dabei das ist unser Gehör er schwankt eine Brandgranate schlitzung ein bisschen auf ihn ein dann können wir gleich auch unseren Kontern noch machen kein Problem den Verkuss auf uns einkriegt aber jetzt schon wieder dieser Damage of Doom er schwankt aber wir haben nichts zum Umwerfen und haben noch sprich mit den mann das ist ja nicht untersuchen ist so was zu untersuchen okay nein wir sprechen jetzt mit den Mann mit den Forscher und haben wir die Klasse auch geschafft ist es ist sicher und all thanks to the blades you're always sneering at HB is that you you came running to save me boy I sure did pick the right college buddy ooh boy that has nothing to do with this I came here because you have certain skills skills that NLA requires Ihr Leben wäre problematisch. Es gab nichts persönliches. Der gleiche H.B. Aber du hast meine Leben saved. Und ich werde es nicht vergessen. Und ich werde es nicht mehr machen über Blade. Wissenschaftler. Ich sehe, dass du nicht. Wie ich sage, die Forscher sind wichtig für unseren Erfolg auf Mirror. Aber ohne uns, wirst du alle sterben. Und du? Du? Du hast gut gespielt. Wahrscheinlich gesagt, ich hätte mit mir selbst zu kämpfen gehabt. Aber Tanns. Wenn ich den Favorit zurückkehren würde, würde ich dich öffnen, zu unterstützen. Ich sehe jetzt, dass du die Ehre zu sein, mein Partner zu sein. Cool. Sei ja, dass du es dir überlegen wirst. Achsel zu betonen, dass du nichts außergewöhnliches bist. Natürlich. Wir nicken. Klar, wir werden uns motivieren, anstacheln. Ziemlich lustig. Haben wir die Mission auch geschafft. Damit haben wir zwei Harmonie-Quests heute erledigt. Und wir können... Habibi. Wir können ihn in unserem Team aufnehmen. Ziemlich cool eigentlich. Gut, Leute. Ich werde dann sagen, ich werde jetzt die Speichern und wir werden uns im nächsten Part dann wiedersehen. Ich gucke mal, ob wir noch ein paar Harmonie-Quests haben oder ob wir die Normal-Quests weiter machen. Das werde ich noch entscheiden. Also Leute, bis dahin und ciao. Ich mache euch leforte von hell aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.